12 Uhr, die Nachricht in der Serie. Weißt, Carly, du sollst einmal ein Seidenbacher-Mäusli essen. Ein Seidenbacher-Mäusli, ja, dann hättest du auch nicht immer die... Die Station Voice, ja. ...diese ganzen Jingles, die... ...Wetter oder so. Und die werden wir jetzt alle organisieren. Und was machen wir mit der Musik? Musik, ja. Unplugged. Unplugged. Das ist immer der Moment, wo meine Kollegen immer sagen, um Gottes Willen, jetzt macht er das schon wieder. Aber ich traue mich das mit unseren Kochtöpfen. Wir haben nämlich einen Edelstahlrand außen drumherum. Das erhöht natürlich die Bruchfestigkeit. Und lieber Rainer, gucken Sie mal, wenn Sie damit in der Küche kommen... Musik, ja. 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 Vielen Dank.